Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 22. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1106 und heute mit den folgenden Themen Meistro, Namensänderung, Oppo SOC, Tankstack, MacBook Pro, Boring, Netto und Huawei Nova. Ich starte zuallererst mit Mastercard und deren Dienst Maestro. Der wird per Mitte 2023 abgestellt. Was ist das Ganze? Dieser orange und rote Kreis? Oder eben nicht ganz. Ich mag mich nicht mal mehr ganz an das Logo erinnern. Ich weiss nur, dass ich früher, damals wo ich meine erste, nicht Kreditkarte, sondern meine erste Kontokarte bekommen habe, mit dem Logo drauf das Ganze dann nutzen konnte, um Geld vom Bankkomaten abzuheben und später kam auch die Möglichkeit dazu, das Ganze dann im Ausland zu nutzen, wo man dann quasi auf eine Kreditkarte hätte verzichten können. Das ganze System hinter Meistro etc. ist durch die ganzen Debitkarten und durch die ganzen Masterkarten, Technologie dahinter etc. abgelöst worden und wurde fast schon obsolet. Deshalb wird es wohl oder über Mitte nächsten Jahres spätestens abgestellt. Mit wenigen Ausnahmen, nämlich in Belarus, in Russland und in der Schweiz bleibt das Ganze noch ein Weilchen bestehen. Hier in der Schweiz haben wir doch eine recht starke Verbreitung von diesen Maestro-Geschichten und somit wurde uns ein bisschen mehr Zeit eingeräumt für das Ganze. Ein bisschen weniger Zeit hat Facebook. Die möchten nämlich ihren Namen ändern. In was wird es geändert, das wissen wir noch nicht. Man munkelt aber, dass es in der kommenden Woche, am 28. Oktober, soweit sein wird. Und keine Angst, ziemlich sicher wird nicht Facebook, die Plattform, das Social Network umbenannt, sondern nur die Firma dahinter, ähnlich wie es Google damals mit Alphabet gemacht hat, damit sie besseren Steuern sparen und weniger bezahlen müssen etc. Und eben um auch das Ganze ein bisschen hin und her zu schieben, um generell, ja, ihr wisst halt, was so grosse Firmen halt tun. Später wird dann das Ganze nicht mehr heissen WhatsApp bei Facebook und Instagram bei Facebook, Oculus bei Facebook, sondern es wird dann irgendwie heissen WhatsApp bei XY, was dann auch immer der Name sein wird. Aktuell ist es so, dass nicht mal die fast hohen Tiere wissen, in welche Richtung es gehen wird. Mark hält das Ganze also noch sehr stark unter Verschluss. Und es gibt keinen Maulwurf, bis jetzt zumindest. Dann gibt es Neuigkeiten von Oppo. Man weiss ja, dass Apple die Nase vorn hat, wenn es darum geht, mit dem Geld verdienen bei Smartphones. Und da sind sie einfach umgeschlagen. Genaue Zahlen findet ihr auf tele.geektalk.ca oder im Podcatcher, euer Vertrauens zum Anklicken. Da gehe ich noch ein bisschen vertiefter auf das Thema ein. Aber eine Möglichkeit, um eben Geld zu sparen, um mehr aus den Geräten zu machen, ist sicherlich einen eigenen Prozessor zu betreiben und entwickeln. Und ein solcher hat ja schon Apple lange, hat Samsung schon länger, hat Huawei mittlerweile auch. Glaube ich sogar, Xiaomi ist da noch mit von der Partie. Google jetzt mit dem Tensor. Ich habe euch in der letzten Episode davon erzählt. Im Pixel 6 ist ja ein eigener Chip drin. Und anscheinend ist auch Oppo dran. Die asiatische Seite Nikkei hat nämlich verlauten lassen, dass auch Oppo an einem so einem Chip arbeitet. Im 2023, wahrscheinlich eher 2024, soll dann der erste solche Chip auf den Markt kommen. Da dürfen wir mal gespannt sein, wie lange das noch geht und eben, was der dann schlussendlich auch bringen wird. Dann habe ich euch verlinkt, mein Testbericht zum Thanks-Tag. Das ist eine analoge Alternative zu den Samsung und Apple AirTags und solchen Geschichten, den Teilgeschichten. Wie gesagt, in analog. Wer sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen möchte, gerne, Link in den Shownotes ist mit drin. Und da findet ihr auch einen kleinen Gutscheincode, worüber ihr 10% vergünstigt das Produkt dann schlussendlich einkaufen könnt. Wenn ihr dann überzeugt seid davon oder neugierig seid, wie auch immer. Das MacBook Pro wurde ja anfangs der Woche vorgestellt und jetzt gibt es zwei, drei Neuigkeiten, die man in der Szene im Netz und überall so ein bisschen gewährleistet hat. Zum einen weiss man jetzt, dass die Notch kein physisches Loch im Display ist und oder, dass einfach der Mauszeiger hinten durchgeht. Das heisst, er wird nicht rundherum geleitet, er hüpft nicht, er wird nicht, keine Ahnung was, was da noch alles im Netz zu lesen war. Nein, es ist so, dass die Maus einfach hinten durchfährt. Und die zweite Neuigkeit betrifft den Lüfter und das wird den Mic sehr stark freuen, denn dieser soll fast nicht anspringen. Nur sehr selten, wenn man wirklich sehr, sehr hardwareintensive und rechenintensive Operationen vornimmt. Das ist natürlich eine schöne Neuigkeit. Würde mich auch freuen, hätte ich dann so ein Gerät in meinen Händen. Sie kommen nun immer näher. Die Tesla Tunnels oder besser gesagt die Tunnels von der Boring Company. Das ist die dritte, vierte Firma, fünfte Firma von Elon Musk. Der hat nämlich schon in diesem Jahr einen kleinen Test-Tunnel eröffnen können. Circa 0,8 Meilen ist das Teil lang in Las Vegas. Und da unten kann man mittlerweile schon durchfahren und das Ganze ein bisschen ausprobieren. Das Ziel und dafür hat er jetzt eben den Zuschlag oder besser gesagt die Bewilligung bekommen von der Stadt Las Vegas. Er darf einen 29 Meilen langen Tunnelsystem bauen mit insgesamt 51 Stationen, welche bis zu 57'000 Passagiere in der Stunde transportieren können. Und wie werden die transportiert? Nicht wie Anfang angedacht mit diesen Hubs, sondern ganz einfach mit Teslas und vor allem ziemlich schnell dann auch in selbstfahrend. Da bin ich ja schon sehr gespannt und noch mehr gespannt bin ich auf den ersten Unfall, wenn da irgendein Trottel meint, in die Wand fahren zu müssen und alles blockiert. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ansonsten, wie gesagt, selbstfahrend natürlich dann deutlich einfacher und eben auch weniger die Gefahr für einen Unfall. Spannend ist auch, was man da sich so an Zeit und so weiter sparen kann. Die 8-Meilen-Fahrt vom Flughafen zum Kongresszentrum, das ist etwa die Strecke, die man zurücklegt, wenn man an die CES möchte, die dauert ca. 5 Minuten durch das Tunnel und kostet den Nutzer 10 Dollar. Eine 3,6-Meilen-Fahrt vom Kongresszentrum zum Fussballstadion als Beispiel, wahrscheinlich sollte das Footballstadion heissen in den Staaten, die ist 4 Minuten lang und kostet 6 Dollar. Das Tolle daran ist, es soll Stau vermeiden, man kann Stau umgehen und eben schneller fahren. Und dadurch, dass da natürlich Elektroautos, Teslas durchfahren, hat man auch keine Probleme mit Abgasen und so weiter im Tunnel. Ich hoffe nur, dass die Dinger ein bisschen weniger ruckelig sind als hier auf dem Bild. Irgendwie hat da ein Zwölfjähriger, glaube ich, den Boden da gemacht, das Tier verlegt auf dem Bild. Weiter geht es mit Nito Neato, wie man es auch immer ausspricht. Ein weiterer Saugstaubroboter, den es jetzt auch in der Schweiz gibt. Das Modell D9 und D10 kommen nämlich jetzt offiziell und neu in die Schweiz. Auch die kleineren Modelle wie das D8 und ich glaube, es gibt auch noch einen 6er. Habe ich das falsch im Kopf? Einen 8er gibt es auf jeden Fall. Soll auch kommen, aber es geht jetzt vor allem um die grossen zwei Modelle. Hier bin ich gespannt, wenn alles klappt, werde ich das in den nächsten Wochen, respektive 2-3 Monaten auch selber mal austesten können und euch dann ein bisschen mehr darüber berichten. Besonders gespannt bin ich natürlich auf die LiDAR-Technologie, welche da oben drauf ist. Das heisst, das Ganze funktioniert dank Kamera nicht nur am Tag bei gutem Licht, sondern auch in der Nacht, wenn es dunkel ist oder einfach wenn es abgedunkelt ist oder das Licht nicht brennt, weil die Storren unten sind, weil die Sonne brennt und man ein smartes Zuhause hat oder sowas ähnliches. Und zu guter Letzt habe ich euch noch eine Neuigkeit von Huawei und hier bitte habt Nachsicht mit mir, aus zeitlichen Gründen muss ich die Sendung schon am Nachmittag aufzeichnen. Das Huawei-Event ist noch nicht durch und oder besser gesagt, die Pressemitteilung zum Event hat mich noch nicht erreicht und somit kann es natürlich sein, dass das eine oder andere nicht ganz mit drin ist. Deshalb werde ich euch das auf jeden Fall noch nachreichen, falls da noch was war. Aber so wie es ausschaut, wird Huawei das Huawei Nova 9, die Nova-Linie ist so ihr Mittelgerät, wie sagt man dem, das Midrange-Smartphone vorstellen und das erste Smartphone auf Harmony OS-Basis. Mit der Watch 3, hier an meinem rechten Arm, habe ich ja schon ein Harmony OS-Gerät und ich bin extrem gespannt, wie das auf dem Smartphone ist und freue mich natürlich, wenn es dann irgendwann auch in die Schweiz kommt. Zumindest ist es auf dem 11. November mit einem deutlichen Versatz dann auch ein Schweizer Event geplant. Die Vorstellung findet nämlich heute in Vienna, in Wien statt und ich bin, wie gesagt, gespannt auf den Preis, auf die Ausstattung und auf alles rundherum, was Huawei uns da vielleicht sonst noch zeigen wird. Wir dürfen gespannt bleiben. In diesem Sinn, euch ein schönes und hoffentlich ruhiges, erfolgreiches Wochenende. Macht's gut und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder mit dem Geek Talk Daily. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.